Ein kleiner Nachtrag zu meiner Goldberg-Rieger-Bergwanderung. Auf der Seite des Bismarck-Turms zur Egge hin, also zum Weringhauser-Bachtal, befindet sich ein etwas größerer Steinbruch noch. Ich vermute mal, dass man von hier die Steine genommen hat, als man den Bismarck-Turm baute. Die Steine sind hier allerdings unterschiedlich, teilweise leicht rötlich gefärbt. Dann ein Stückchen weiter wieder grau, mittelgrau etwas. Aber es kommen auch dunkelrot gefärbte Steine vor. Ein Stückchen weiter oben. Also ganz so dunkelrot ist es doch nicht. Steine sind teilweise porös. Möglicherweise hat da Feuer eine Rolle gespielt. Das ist hier an der Nordecke des Steinbruchs sozusagen zum Turm hin. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020